So, wir sind zurück zu Ocarina of Time, und ich werde euch mal jetzt im Bildrand ein bisschen einblenden, was ich derweil gemacht habe, offscreen, und zwar zwei Herzteile, für die ich oft hin und her gewandert bin, im Gerodotal, und, ähm, ja, da waren wir jetzt auf dem Skulltooler versteckt, an der Holzbrücke, im Gerodotal, also bei der ersten Holzbrücke, und das andere, vom letzten Part, hätte ich einfach nur die Hymne der Sonne spielen sollen, an dem komischen Portal, und dann hätte ich das Herzteil bekommen, das habe ich mal noch gemacht, und das Herzteil mit der Grabuseltour, ich glaube, das lasse ich raus, weil, ja, das ist einfach nur, er muss punktgenau stehen, das nervt irgendwie, von daher, lasse ich das weg. Wir gehen mal jetzt weiter in der Story, ja, Navi, aufzunerven, ich habe Probenen gefarbt, wie ihr seht, und, ich sagte ja, in Hyrule gibt es zwei, drei Stände, im Gegensatz, bei einem Stand könnten ja zölen, aber gut, das lasse ich jetzt aus, weil, ich darf keine Lust haben, einen Cutscene. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du hast Mut, doch Mut kann manchmal tödlich sein Armseliger Tropf, weißt du, wem du gegenüberstehst? Ich bin Gennendorf, der König der Gerolus Ja, der Blick sagt schon alles Das, mein Freund, gibt Revanche Ja, und Zelda hat was fallen lassen für uns Was wir benötigen Und was ich sagen wollte Ihr müsst dieses Krabbelminenspiel machen In Hyrule Dann, wenn ihr das schafft, bekommt ihr ein Herzteil Das Krabbelminenspiel findet ihr in einer von den Gassen von Hyrule Gut, und noch eine Katze Link, kannst du mich... Achso Link, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda Link, nun, da du die Ocarina da in den Händen hältst Bin ich schon weit entfernt Ich versuchte auf dich zu warten Doch die Zeit drängte Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben Und diese Melodie Ich versuchte auf dich Du hast die Hymne der Zeit erlernt Du hast die Hymne der Zeit erlernt Du hast die Hymne der Zeit erlernt Okay, gut, nachdem wir diese Vision erhalten haben Ich war eine Prinzessin Zelda Sollten wir das vielleicht auch mal tun Und ich glaube, das Krabbelminenspiel funktioniert nur bei Nacht Also gibt es noch Nacht Es gibt auch noch eine andere Quest in Hyrule Indem man so einen weißen Hund suchen muss für jemanden Aber Auf so Sidequests Habe ich jetzt dann nicht wirklich Lust drauf Ich würde lieber ein bisschen In der Story weiter voranschreiten Von daher Lassen wir die Prinzessin nicht... Achso, ja, wir können ja gleich schon mal was machen Wo wir gerade schon hier sind Dafür ist auf jeden Fall Zeit Und zwar die Maske Können wir uns ja mal besorgen Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler Wir handeln mit Masken Die allen Leuten Freude bringen Wärst du nicht auch gern ein Bote der Freude? Pass auf Ich leihle dir eine Maske Du verkaufst sie Und gibst mir dann das Geld Sie ist der Typ aus MyTrust Mask Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deinem Linken Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast Wirst du glücklicher sein Verklang mir So, ja, die Maske bauen wir Nämlich für den Typen Den Kakariko Aber das machen wir ein anderem Mal Jetzt geht's erstmal zur Siedel der Zeit Die befindet sich hier Zu der Zeit stand sie nämlich noch Ich glaube, bei A Link to the Past Da war sie schon Ja, komplett weg Und wer A Link to the Past kennt Der weiß Was hinter dem Zeitportal ruht Bei Triad Princess kam man auch hier hin Da sah die Siedel ein bisschen ausgebauter aus Bloß da war was anderes Unter dem Zeitportal So, spielen wir sie mal Achso, ne Das war falsch Das war falsch Das war falsch Das war falsch Die Siedel Die Siedel Das war falsch Ich habe gerade Ich habe keine Siedel Aber das war falsch Eindrufe Und ich habe keine Siedel Und ich habe mich Untertitelung des ZDF, 2020 Und das Zeitportal hat sich geöffnet. So, was hat eigentlich da gestanden? Hier sind drei Vertiefungen und eine Inschrift. Jeder mit drei linken Steinen, neben seiner Ukraine und zur Hand und spiele ihm in der Zeit. Seltsam, aber so steht es hier geschrieben. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Kein Problem mehr. Und was ruht dort im Stein? Link, ist das nicht... Dum, dum, dum. Diese linke Dierklinge. Das Master Schwert! Genau, das Master Schwert ruht nämlich hier im Stein. In der Zitadelle. Und das müssen wir jetzt herausziehen. Und das machen wir auch mal. Ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Du warst mich zum... Du hast mich zum Eilen Reich geführt. Ich muss dir danken, Kleiner. Link, wach auf. Du bist der Auserwählte. Du bist der Auserwählte. Du bist der Auserwählte. approachingом 2. Du bist der Auserwählte. Du bist der Auserwählte. Ich bin Rauch, einer der Weisen. Ich habe die Zittelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Masterschwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitfeld zogst, öffnete das Tor zum Heiligen Reich. Link, erschrick nicht, schau dich an. Wir sind ganz schön gewachsen. Sieh nur, Link, du bist gewachsen. Du bist älter geworden. Ja, Link hat jetzt lange Zeit geschlafen. Viele, viele Jahre lang. Das Masterschwert hat seine heilige Klinge, die nie in das Bösen fallen darf. Nur jener, der zurecht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitfeld zu ziehen. Doch du warst zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für sieben Jahre hier gebannt. Ja, Link musste jetzt sieben Jahre lang hier schlafen, bis er wirklich alt genug war, um diese Aufgabe zu erfüllen. In der Zeit ist verdammt viel passiert. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun, hast du verstanden, was deine Bestimmung ist? Ja, deswegen waren wir doch so komisch, als wir aufgewacht sind. Ist klar, wenn wir sie in Lagerland geschlafen haben. Doch vergiss niemals. Obwohl du nur mit edelsten Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Ganondorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich. Durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweite die Tempel und verwandelt das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem Heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle der Weisen noch schützen. Doch noch ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen blieb erhalten, wenn die Kraft jedes der sieben Weisen wieder geweckt wird. Kann mit dem Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verwandt werden. Ich, Rauro, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du der Herr der Zeiten. Du bist als Träger des Masterschwerts dazu auch sehr wild. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Das Amulett des Lichts, Rauch der Weise, gibt dir seine Kraft. Finde die anderen Weisen und rette Hyrule. Ja, und wieder mal im Hintergrund, laute Geräusche. Sieht mich dunkel hier geworden. Link, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit. Aber sind wir wirklich sieben Jahre vergangen? Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Los, lass uns gehen. Ja, die Feenschleuer zum Beispiel. Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Beherrscht das Böse die Welt. Weil jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den fünf Tempeln. Einer in dunklen Wäldern. Einer auf hohen Berge. Einer am tiefen See. Einer an der Stätte des Todes. Einer innerhalb der Göttin des Sandes. Zusammen mit den Auserwählten werden diese Kräfte einsetzen, um der Welt den Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Sheikah, überliefert wurde. Ich bin Sheik. Ich gehöre zu den letzten Überlebenden, der Sheikah, an. Wahrlich. Du siehst aus, wie der, der uns prophezeit wurde. Tapfer hältst du das Masterschwert in der Hand. Willst Prophezeiung erfüllen, suche nach den fünf Tempeln und befreie die dort eingesperrten fünf Waisen. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit einer herzlichen Ausrüstung kann sie den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakarigo, um dort das zu suchen, dass dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Link? Ja, nach Kakarigo wollte ich ja sowieso gehen, weil dort gibt's was, dass ich gleich zu dem auch nebenbei schnell erledigen kann, wo ich da bin. Ja, und was die Aufgabe betrifft, ich weiß nicht, ob das noch hinpasst in den Park, weil, ja. Obwohl doch, das könnte durchaus dann reinpassen noch. Na, alles voller Zombies jetzt hier. Die Stadt ist halb zerstört. Bzw. komplett zerstört. Das ist wirklich hier das totale Chaos. Ähm, den Typen da drin, das zeige ich euch später. Ein anderes Mal. Ich will jetzt mal direkt nach Kakarigo marschieren, weil, ja, ich will sehen, was ich noch in dem Part reinbekomme. Vielleicht das mit dem Item auch gleich, wenn's noch reinpasst. Allerdings nur, wenn ich demnach auch relativ gut vorankomme. So. Wenigstens hier ist noch alles normal geblieben. Ja, und da sind die ganzen Bewohner von Kakarigo, die ganzen Bewohner von Hyrule, alle hergeflohen. Die ganzen Läden und so, sind alle hier. Und hier oben in der Mühle ist der erste Punkt, wo ich hin will. Denn Das Lied, was wir hier lernen, wird uns in der Vergangenheit sehr, sehr nützlich sein. Was? Du bist jetzt eine Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein. Das erinnert mich an diesen Tag vor genau sieben Jahren. Damals kam so ein Ratten-Gesicht hier herein und hat ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht. Und zwar die Hymne des Sturms. Du hast hier in der Sturms erlernt. So. Hier ist jetzt nämlich alles schneller als vorher. Na, doch, ich sag ja schon, dass die Parts von Ocarina of Time ein bisschen länger werden als sonst. Das normale. Von daher würde ich mal meinen, machen wir das mal noch fix auf dem Friedhof. Hier war es nicht. Das war nämlich so, ja, bedecktes Grab. Tja, aber wessen Grab mag das sein? Ihr seht es gleich. Genau. Junge, du bist gut, bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wilde laufen, wenn du es dir zutraust. Wenn wir nämlich ihn erwischen, dann gibt er uns etwas, das uns im Abenteuer auf jeden Fall helfen wird. Wir müssten bloß im Auge behalten. Also auf keinen Fall verlieren. Au, ja, und das darf natürlich nicht passieren. Ja, auf keinen Fall verlieren und auf keinen Fall ins Feuer laufen. Ich glaube, wenn man eine bestimmte Zeit gegen ihn erreicht, dann kann man auch ein Herzteil bekommen. Aber dieses Herzteil ist, ähm, ja, auch eins der, ich sag mal, nervigeren Sorte. Und da muss man echt schnell unterwegs sein. Und wirklich präzise Abkürzungen nehmen. Weil ansonsten, ja, hat man verkackt. So, auf mit dir, Link. So, geschafft. Die Zeit beträgt eine Minute und sechs. Junge, du bist kurz zu Fuß, was? Zur Belohnung werde ich dir mein Fangenhaken an Vertrauen. Damit wirst du nun Orte gelangen, die bisher außerhalb deiner Reichweite war. Lage. Besuch mich doch mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Noch etwas. Sei auf deinen Rückweg sehr vorsichtig. Ja, er spricht von, ähm, einem Herzteil. Das kriegt man aber eine gewisse Zeit erreicht. Aber, wie gesagt, ich werde nicht alle Herzteile sammeln. Das wäre dann zu nervig. Von daher, ist das auch eins, was ich rauslassen werde. Wenn ihr es genau lesen wollt, es gibt eine Seite, ich glaube, Zelda Euro, Zelda Euro. Die findet ihr bei Google. Und dort könnt ihr nachlesen, wo sich welches Herzteil versteckt. Die Liste habe ich nämlich nebenbei auch hier zu liegen. Aber wir werden, wie gesagt, nicht alle sammeln. Jetzt kommt aber, glaube ich, noch ein Herzteil, das, ähm, werde ich, glaube ich, noch mitnehmen. In der Mühle nämlich und auf dem Friedhof lag, glaube ich, auch noch eins. Ja, da drüben nämlich, dafür ist nämlich noch Zeit. Ich würde auch sagen, nach diesen beiden Herzteilen bei der Mühle und dem Friedhof soll es das auch gewesen sein. dann haben wir genug erreicht. So, perfekt. So, nochmal zum Friedhof zurück. Weil, das will ich auch noch haben. Dann hätten wir, glaube ich, wie waren wir eigentlich dann? Achso, ist mein zweites dann. Dann brauche ich nur noch zwei und dann haben wir wieder ein Herz voll. So, und zwar in der Zukunft hier erinnert euch bestimmt noch an diese Wundererbsen. Ja, die sind jetzt gewachsen und sehen dann circa, na, wo sind sie denn? Was ist denn das Wundererbsenfeld? Oder habe ich das nicht gemacht? Hm. Ich glaube gerade, dass ich das nicht gemacht habe in der Vergangenheit. Obwohl, wartet mal. Vielleicht brauche ich diese Wundererbsen noch gar nicht. Vielleicht komme ich da auch gerade mal so ran. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ja, du bist gerade ein bisschen nervig. Na, ich glaube, ich glaube, man braucht tatsächlich ja, man braucht die Wundererbsen. Ich versuche gerade ein bisschen zu tricksen, aber wobei, Moment mal, wenn ich das vielleicht... Nee, geht nicht. Schade. Ähm. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für diesen Part von Ocarina of Time. Hat leider nicht ganz... Obwohl, Moment mal. War das nicht woanders? Nee, ich habe es tatsächlich nicht gepflanzt. Äh, gut. Ich werde es über Zeit von vielleicht noch machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part von Ocarina of Time. Bis dann, tschüss.